Entdecken Sie die unvergleichliche Interliving-Kollektion und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten für Ihr individuelles Zuhause inspirieren. Die Interliving Sesselserie 4540 gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wohnzimmer optisch wie funktional hochkarätig einzurichten. Visuell ragt die spezielle Kombination von Rücken und besonders geformter Armlehne heraus. Das Erscheinungsbild Ihres Sessels hängt vor allem davon ab, für welche der attraktiven Stoff- oder Lederqualitäten Sie sich entscheiden. Eine umfangreiche Farbpalette steht für Sie zur Verfügung. Wählen Sie aus drei Ergonomiegrößen, drei Sitzhärten, zwei Nahtbildern und sieben verschiedenen Fußvarianten Ihren Traumsessel. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie den eleganten niedrigen Rücken mit Nierenpolster in einen komfortablen Hochlehner mit Kopfpolster. Das ist Funktionalität pur. Die manuelle Komfortausstattung mit Fußstützenverstellung durch Körperdruck und stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch einen innenliegenden Hebel lässt Sie grenzenlos entspannen. Die Interliving Sesselserie 4540 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie.